... Musik ... Flücherei hab' ich einen Durst! Sahen Sie mal, das verletzt wohl Ihr Schaumgefühl was? Aber, Freilin Lehmann, man muss doch nachschauen, ob Sie einem auch gut eingeschenkt haben. Nein, also, das schaff' ich nie! Ja, mei, wenn Sie nix dazu tun! So, das essen Sie jetzt. Sagen Sie mal, ist das auch gesund? Nein, aber das gibt einen Durst. Also dann, Prost alle wieder. Wissen Sie, zu Hause trinke ich nämlich immer bloß Alsterwasser. Wasser? Voll Teufel. Nee, das ist ja auch Bier, aber Bier mit Limonade drin. Ach Mensch, der meint eine Sportmolle. Ach so, ein Radlermasch. Nein, nein, da trinke ich schon lieber einen Enzheim. Was ist denn das? Der Herr kommt mir ja so bekannt vor. Den habe ich irgendwo schon mal gesehen. Nein, da sind Sie noch zu jung. Försterchen, du reißst nicht mal kein Haar aus Ihrem Gamsbar da. Das ist nämlich der Weißviertel. Der war einmal genauso wie der Karl Valentin. Unser bester Humorexport. Ja, jetzt weiß ich, der hat doch in München ein Denkmal zu stehen. Jawohl, stimmt. Und ganz aus Stein. Nein, aus Bronze. Ja, oder so, nicht? Aber das müssten Sie mal sehen. Ja, zu was denn? Wir haben doch heute ein lebendiges Denkmal da. Schau's hin. Immer und immer wieder hört man das dumme Schlagwort vom Niedergang Münchens. Ich möchte wissen, wer das aufgebracht hat. Vielleicht die Feinde von uns, Nieder. Oder vielleicht gar die Preisen. Man kann es Ihnen nicht einmal verdämpfen, den Preisen, wenn Sie auf uns schimpfen. Weil wir ja auch ab und zu über Sie nicht so gesprächsweise was fallen lassen. Aber wenn die Preisen schimpfen, das braucht man nicht ernst zu nehmen. Denn die schimpfen über alles. Aber leider Gottes gibt es in unserer Münchner Stadt selbst Leute, die sehr schwarz sehen. So zum Beispiel der Herr Xavier Bimslechner. Der hat folgende Ansichten. Außer mit unserer Münchner Stadt, da geht's abwärts. Ja, ja. Das lasst Sie nimmer aufhalten. Einen Krieg hätten wir noch ausgehalten. Aber von dem einen schweren Schlag, vom Dinnbier, da haben wir uns nicht mehr erholt. Das hat die heranwachsende Jugend verroht. Also wie wir jung waren, wir sind heute am Sonntagnachmittag mit unseren Vatern ins Bräuhaus gegangen. Und da haben wir ihm zugeschaut, wie es ihm schmeckt. Und dieser erhabene Anblick ist zeitlebens in uns haften geblieben. Und drum gehen wir auch dahin, wo es unserem Vater geschmeckt hat. Aber jetzt. Die Jugend, die kennt nichts als wie den Sport. Den Fußballsport, den Skisport, den Pferdesport, den Motorsport, den Wassersport. Viel Teufel noch einmal. Nein, ist unsere Jugend runtergekommen. Wir haben auch früher Leute gehabt, die mir angestaunt haben. Wenn zum Beispiel einer 22 Mass auf einen Sitz gesuffen hat. Das war eine Leistung. Das war eine Leistung, die mir angestaunt haben. Aber jetzt. Jetzt schreien sie hoch, wenn einer recht schnell laufen kann. Laufen. Als wie wenn das auch noch was wäre für den Mansbult Laufen. Kommt alles vom Dimpf hierher. Da ist die Lauferei angegangen. Auch die Uneinigkeit von den Leuten kommt nur vom Bier. Früher haben wir ein Bier gehabt. Das hat der eine wie der andere getrunken. Und drum haben sich die Leute auch vertragen. Aber jetzt sauft ja jeder ein anderes. Der eine ein Merzenbier, der ein Exportbier, der ein Hellquell, der ein Edelquell. Und es ist doch klar, dass wenn einer ein Helles trinkt, dass der eine ganz andere Weltanschauung hat, als wäre der, der nur ein Dunkles sauft. Jetzt diese verschiedenen Biersorten, die gehören überhaupt verboten. Jetzt ich sag, dass wenn einer ein helles Bier trinkt, das ist schon ein halberter Preis. Und drum geht's mit uns Münchner abwärts, weil wir kein nationales Bewusstsein mehr haben. Neulichs mal hab ich gesehen, wie im Hofbreihaus der Sohn von einem Münchner ein Limonad gespuckt hat. Also das sind Zeiten des Verfalls. Der von ja auch nicht wundern, wenn's schon so weit gekommen ist, dass auf der Oktoberfestwiesen draußen eine Milchbude aufsteuert. Also ich hab gemeint, ich muss in Erdboden ein singen. Dass sich da die Bavaria nicht umgeraht hat, das begreif ich nicht. Eine Stadt, die sowas macht, die ist dem Untergang geweiht. Prost! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020